Jo, und zurück bei The Walking Dead. Wir waren ja hier zuletzt auf dem Bauernhof. So, und jetzt werden wir mal schauen, denn ganz suspekt sind mir die Leute immer noch nicht. Also ich bin da noch sehr, sehr skeptisch. Gucken wir mal hier so uns hier mal so ein bisschen um. Oh, was haben wir denn da? Ja, mal schauen. So, jetzt schnacken wir mal mit dem Typen hier und wollen mal schauen, was er auch sagt, was er natürlich dann, äh... Ich bin gespannt. Also ich, ich trau dem Braten hier noch nicht. Wir können helfen, Molkerat zu schützen. Wie viele Waffen habt ihr? Der Zaun hält die Walker auf. Sind wir die ersten Gäste hier? Lass uns die Umzäunung reparieren. Äh, wir wollen die Umzäunung reparieren. Mark und ich können Sie mit dem Perimeter helfen. Oh, gut. Die Fenster wird in etwa drei oder vier Sekunden stoppen. Aber wenn wir die Husten hier rausziehen, dann wird es überrascht. Du wissen, Mark und ich können die Fenster selbst ausziehen. Wenn Sie hier mit den Generator bleiben wollen. Oh, das wäre toll. Hey, ich werde die Nordwesten ausziehen. Und, äh... Wenn Sie die Leute ausziehen können und schauen, ob es irgendwelche Weakpunkte gibt, dann wäre das eine große Hilfe. Das klingt leicht genug. Bleib anwenden. Du wirst niemals wissen. So. Alles klar, geil. So, jetzt gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Ah, ich weiß nicht. Ich vertraue denen, äh, einfach nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich vertraue den ganzen hier einfach noch nicht. Ich glaube einfach nicht, dass es so sicher ist, wie sie uns das hier erzählen. Auf keinen Fall. So, wie sieht der Ort aus? Ist es sicher genug, um uns zu bleiben? Wir können? Es ist ziemlich großartig, was sie mit diesem Dairy getan haben. Aber wir sehen, was es braucht, um dieses Fenster zu steuern, bevor es irgendwelche Konkliniken zu machen. Ich kann nicht warten, bis jeder hier ist. Jeder außer Larry. Es wäre nicht so ein Schmerz in der Arsch, wenn du ihn nicht sagst, dass wir immer hinter seinem Becken reden würden. Ich... Ich... Entschuldigung. Okay? Es ist ein Stück Scheiße. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich versuche zumindest höflich zu bleiben. Äh, wir kriegen das schon hin. Ich versuche es irgendwie. Ich versuche es, wenn er hier rauskommt. Ich versuche es, wenn er hier rauskommt. Na, lecker. Ich versuche es, wenn er hier rauskommt. Äh, nehmen wir ihn hier mal weg. So, weg da. Zack, zack. Und dann nehmen wir den Pfeil da raus. So, jetzt gucken wir das mal an. Die Walkers gehen auf wie eine Triebranche auf einer Powerline. Wenn die Lichter rauskommt, bedeutet das, dass die Fenster weg ist, oder? Das besser sein. Okay, so. Jetzt weg mit ihm da. Also, irgendwie müssen wir ihn da ja wegkriegen. So, schubs ihn jetzt weg da. Jawoll. So, weg ist er. So, den ersten haben wir weggemacht. Ohne Benzin hat es keinen Zweck. Sie brauchen Leute, die sie verteidigen. Es ist gefährlich. Das ist wahr. Aber es ist auch gefährlich für die Walkers. Also, was ist dein Geist auf die Brüder? Sie sehen, dass sie diesen Ort ziemlich gut haben. Was soll das heißen? Sie zögern das Unvermeidbare nur hinaus. Wir können diesen Ort wegnehmen. Wie fragt man das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sie seien gut genug. Ich will nur wissen, dass ich deine Brüder habe. Wenn irgendwas runterkriegt. Das ist alles. Danke. Da ist eine andere. Ich sehe es. Okay, da ist der nächste. Oder die nächste. Also machen wir die wieder weg hier. So, weg damit. Ja. Oh, dein Ernst? Oh. Boah. Boah. Okay, die andere Hand auch noch. So. Konzentrier dich auf die Aufgabe. Wir werden später, äh, fragen. Ich habe auch Hunger. Ich bin auch Hunger. Ich bin auch Hunger, Mark. Denkst du, dass sie es gut sind? Essen für eine ganze Gruppe von Leuten? Wenn sie so viel Essen haben, wie sie sagen, ich denke so. Oh, da ist der Zaun richtig kaputt. Okay, da müssen wir auf jeden Fall bei gehen. iler. Beidee. Alter, das ist hart. Da ist der Zaun echt. Ganz schön im Arsch. So, dann helfen wir doch mal mit hier Zack Stellen wir den Zaun nochmal wieder auf Das ist besser, dann kommen auch diese Walker hier nicht mehr durch So, Q drücken hier Zack, 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 zack Und hoch damit Jawohl, geschafft Oh, oh shit Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Oh, kacke Los hinter den Traktor Alter, scheiße, was ist denn jetzt hier los? Kacke Weg damit So, mal gucken Und schieben, komm schon, komm schon Oh, nö, das werd nix, das werd nix Äh, was denn jetzt? Ähm Mal hier hinten gucken Äh, mal hoch machen das Ding oder so Oh, 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 das war knapp Das war, oh scheiße Das war knapp Okay, wir müssen hinter dem Traktor bleiben Alter, was wollen die denn jetzt? Ah, das sind bestimmt Banditen oder so Scheiße Ja, wir sind zum Glück hinter dem Traktor Alter, was Geht hier ab, ey Oh, letztlich ist auch noch ein Walker da Das gibt's doch nicht So, nimm ihn weg da Komm schon Schnell Und weiter, und weiter, und weiter, und weiter Und weiter Oh, nö, nicht noch so einer Oh, kacke Oh, nicht schon wieder Nicht schon wieder, ey Okay, dann müssen wir den auch wieder wegnimmen Los, 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 los Bevor die uns da Ey, abfett Oh, Mann, ey Was? Der lebt noch Am Arsch Äh, hau ab Du Missvieh Stirb Nee, 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 nein, 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 nein Ah, nein Ah, kacke Alter, da lebte der noch Okay, nochmal, nochmal, nochmal So, nach vorne Und jetzt Jetzt weiß ich ja Alter, er lebt schon mal Also, jetzt muss er hier Meine Fresse, ey Alter Los, zack. Gib mir noch eine, noch eine. Los, komm. So, lass mich los, du Mistvieh. Boah, heftig, Alter. Aber der kommt nicht so hinterher. Ist das dein Scheißernst? Jetzt kriege ich das Scheißvieh uns hinterher. Jawohl. Der macht das Tor noch wieder zu. Das kannst du doch nicht offen lassen. Ah, scheiße, wir haben das Tor aufgelassen. Der elektrische Schaunscher spricht nicht unter Strom. Wir sind einen Hinterhalt geraten. Das war ein Schaunscher. Das war ein Schaunscher. Das war ein Schaunscher. Das war ein Schaunscher. Es ist hier nicht so sicher, wie wir geglaubt haben. Das ist dumm gelaufen. Äh, ist nicht so sicher, wie wir geglaubt haben. Alles klar. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Das war ein Schaunscher. Das war ein Schaunscher. Das war ein Schaunscher. Ja, cool, dass sie das gemacht haben. So, jetzt müssen wir uns aber erstmal echt mal darum kümmern, wie diese Banditen da. Ey, krass. Oh man, ich bin so ein bisschen arcaded, das ist doch scheiße. Das nervt mich halt so ein bisschen. Aber, alles kein Ding hier. So, mal ein bisschen umgucken hier. Okay, so. Wollen wir mal schauen. Also, wir wollen mal gucken, ähm, wenn wir uns mit den Banditen anlegen können, dann machen wir das. So, schnacken wir mal mit den Jungs da rum. Aber wir sind mir immer noch nicht ganz geheuer, die Typen. Schnell. Schnell. Wie fühlen, Lee? Look, ich bin wirklich sorry you almost got killed out there. Wir sollten dir gesagt, wie gefährlich war. No shit. Du gesehen, was sie gemacht hat. Ja, dein Freund. Niemand ist sicher hier bis wir starten zu fighten zurück. Aber wie? Die beiden sollten wir und machen ein Recon. Dann, wir alle aufs für ein Recon. Ja, ja. Wer die Beteilung sind in den Wänden? Wir wissen nicht. Los gehen wir. Keiner greift unsere Leute an hier. Okay, die hat traurig geguckt. Ob die sich Sorgen macht? Aber brauchst du sie sich nicht machen. Wir kommen wieder. Keine Frage. Alles klar, wir gucken mal, was da los ist. Aber es sieht leer aus. Okay, was können wir jetzt hier machen? Wir rücken mal langsam vor. Sieht leer aus, kann ich nicht sagen. Bleib wachsam. Oh, da ist doch bestimmt ein Walker oder so drin. Oh, das ist so leise hier, ne? Das ist... Ah, das ist wieder so auffällig, weil es so ruhig ist. Okay, scheint leer zu sein. Alles klar, so, wir schauen mal hier ein bisschen uns um. Aber die können noch nicht lange weg sein. Das Feuer ist noch heiß. Also, es qualmt noch. Also, die sind vor kurzem jetzt hier weg. Hundertprozentig, weil sonst wäre ja das Feuer abgekühlt. Also, der, ne? So, was haben wir da? Okay, und da? Empty. Schauen wir mal ins Set. Okay, also Kinder sind auch dabei. Sollen wir mal da reingucken? Nichts außer, brauchst leere Dosen. Das ist viel zu viel für eine Person. Wir wissen nicht, wessen Lager das ist. Ach nee, was haben wir denn da? Was ist von der Däri hier? Wahrscheinlich was wir ihnen geben. Die Däriere haben über die Lande gebracht. Oh, was haben wir da denn? Was haben wir da denn? Alter, der benimmt sich so merkwürdig, ne? So, gibt's hier sonst irgendwas, was wir nochmal nachschauen können? Oder können wir jetzt so eigentlich abdampfen? So, wie ist er denn jetzt da durchgekommen? Okay, äh, was muss ich denn jetzt hier irgendwas machen noch? Hm, gibt es aber auch nichts, was ich hier noch gucken könnte? Ich schau nochmal in den Zelt nach. Ah, ach was, guck mal an. Wir nehmen das Stoffthema mit. Ah, Mann. So, sonst noch irgendwas Interessantes? Oh, oh. Das sieht doch nicht, oh, das sieht nicht gesund aus. Ah, die Mütze von, ah. Oh, oh. Wer bist du, was ist hier geschehen? Wer hat die Molkerei überfallen? 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 Was hat dir gemacht? Das ist eine höchste Frage, Herr. Sie sagten mir, ich wäre sicher mit ihnen. Die Menschen, die hier leben. Aber es war nicht sicher. Nicht für mich. Nicht für meine Frau. Sie haben sie nicht gut behandelt. Nicht wirklich. Sie hat sie weg, in die woods. Sie sagen mir, woher. Und ich begann sie, woher ich denke. Ach du Scheiße. Was war denn jetzt passiert? Das ist ja krass. Äh, du hast Mark erschossen. Woher hast du Clarence Stein zu? Ich kann sie nicht erschießen, das ist eine Lebende. So, was, wenn ich so? Du hast sie von mir stolen. Was zur Hölle bist du? Du weißt was? Ich habe meine Meinung geändert. Ich lasse dieses Aero direkt durch deine Ballen. Ja, direkt durch. String sie auf dem Tee. Dann gehe ich nach dem Arm und schiebe alle Gäste über die See. Ich möchte nicht schießen, ich möchte es nicht. Das ist doch meine Lebende. Ach du Scheiße. Alter, warum hat er das gemacht? Alter, er hat sie einfach ermordet. Ich sag doch, mit denen stimmt irgendwas nicht. Und jetzt hat die Frau uns auch noch einen Hinweis gegeben. Alter, jetzt vertraue ich denen noch weniger. Und er hat sie erschossen, wo sie uns das gerade erzählen wollte. Alles klar, also weiß ich Bescheid. Also da stimmt was nicht. Sie wollte uns gerade irgendwas erzählen. Aber ich habe wenigstens nicht geschossen. Ich hätte auch nicht geschossen. Auf keinen Fall. Alter, krass. Ja. 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 man so sagen, gar nicht hinhören. Die können nicht anders. Sie können nicht, äh, gar nicht hinhören. Sie können nicht weitergehen. Die Kinder sind bereit, bevor Sie wissen. Und danke, Freund Koch, für mich. Sie und die Kinder sind in der barn, mit der Cow. Das Frau ist eine Lifesaver. Vielen Dank.